Doping gibt es nicht nur im Leistungssport. Wissenschaftliche Schätzungen gehen davon aus, dass von 11 Millionen deutschen Breitensportlern knapp 10% zu leistungssteigernden Mitteln greifen. Wenn einer dopt, müssen alle dopen, um mitzuhalten. Für mich ist es wert. Wenn sich das weg lässt, ist die Anerkennung auch weg. Doper gehen ein enormes gesundheitliches Risiko ein. Man redet sich das schön und man glaubt, das unter Kontrolle zu haben. Substanzen wie diese kann man nicht unter Kontrolle haben. Und Breitensport-Doping ist das neue Geschäftsfeld für Kriminelle. Die Menge der sichergestellten Tabletten hat sich im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr vervierfacht. Die Gewinnmargen, die man hierbei erzielen kann, sind inzwischen höher als beim Rauschgiftgeschäft. Dabei geht es im Breitensport um nichts, weder um Preisgelder noch um Sponsorenverträge. Trotzdem dopen immer mehr Freizeitsportler. Ich will wissen, warum. Der Doper hat einen Plan. Und die Dopingmittel sind nur Hilfsmittel. Von Beruf bin ich Journalist. Deshalb will ich wissen, wie dieses Phänomen aus dem Leistungssport Eingang in den Breitensport finden konnte. Meine Recherche beginnt im Internet. Es reichen ein paar Klicks und schon lande ich auf einschlägigen Sportlerforen. Hier wird offen über Doping gesprochen. Hier findet sich eine komplette Anleitung, wie man Ephedrin am besten nimmt. Ephedrin kennt man auch als Grundstoff der Droge Crystal Meth. Das Medikament ist für größere Hunde gedacht, die aufgrund des Alters oder nach einer Entfernung der Gebärmutter inkontinent geworden sind. Das schmeißt er sich dann ein. Dann schreibt er hier noch, ich benutze das Mittel zurzeit regelmäßig. Unglaublich. Im Sommer würde ich dann gegebenenfalls mal eine kleine, niedrig dosierte Epo-Kur machen. Auch bekannt aus der Tour de France. Nix Extremes. Das ist schon extrem. Im Netz scheinen weder Bedenken noch ein Risikobewusstsein vorhanden zu sein. Hier interessiert nur die reine Leistungssteigerung. Ich möchte mehr über die Konsumenten erfahren und wissen, wie ein dopender Freizeitsportler wirklich tickt. Darum habe ich mich mit einem Fußballer verabredet, der in einem Amateurverein spielt und dopt. Kaum jemand will zu diesem Thema vor die Kamera. Hat er es sich vielleicht doch nochmal anders überlegt? Na, wie war's? Training? War gut? Super. Sind Sie gleich da? Der Sportler hat sich bereit erklärt, anonym über sein Doping zu sprechen. Für das Gespräch nennen wir ihn Pedro. Er ist Anfang 20 und Stürmer in der Kreisliga. Mit dem Dopen hat er erst vor einem knappen Jahr angefangen, um seine Leistung als Torjäger zu verbessern. Ich spiele schon seit mein viertes Lebensjahr, seit ca. 19 Jahren. Das ist das, was mich ausmacht. Das ist mein wirklich, man kann es eigentlich sagen, dass es mein Leben ist. Das ist das Mesteron. Und das ist Sustanon. Das ist dafür da, dass du Masse aufbaust. Das ist für die Muskeln, dass du starke Muskeln und für die Distanzläufe, was du machst. Ich mache das, um halt mehr rauszuholen, mehr aus meinem Körper rauszuholen. Ich weiß, dass mein Körper mehr kann. Und wenn ich das nehme, dann fühle ich mich auch besser. Ich fühle mich stärker als die anderen. Manchmal fühle ich auch überheblicher als die anderen, weil ich weiß, dass ich das genommen habe und denen überlegen will. Pedro dopt, um seinen Körper wie eine Maschine zu tunen. Ich werde seine Medikamente von einem Experten analysieren lassen. Meine Recherche führt mich in den Osten der Republik, zu einem Dopinglabor in der Nähe von Dresden. Ja, guten Tag von mir, war Hüse mit der Intime verabredet. In Kreischer befindet sich das Institut für Dopinganalytik. Eines der renommiertesten Doping-Analyse-Labore der Welt. Laut der Welt-Anti-Doping-Agentur, der VADA, ist jede sportliche Leistung, die man mit verbotenen Substanzen abruft, Doping und somit verboten. Die Suche nach solchen Substanzen ist die Aufgabe von Dr. Detlef Thieme und seinen Mitarbeitern. Sie untersuchen hier Dopingproben aus der ganzen Welt, von Profis und Amateursportlern. Ist Doping im Breitensport hier im Labor auch für Sie immer mehr ein Thema? Da ist es so, dass die Mengen an Anabolensubstanzen, die also beispielsweise jährlich in Deutschland aufgefunden und sichergestellt werden, ja immer größer geworden sind und mittlerweile nach meiner Auffassung wirklich dramatische Ausmaße angenommen haben. Da reden wir von Hunderten von Kilogramm von Anabolensteroiden pro Jahr. Und die kommen ja irgendwo an, die werden irgendwo konsumiert. Und ohne dass man die Leute dann kontrolliert, kann man mutmaßen, dass das also ein Riesenproblem geworden ist. Das Labor untersucht auch illegal hergestellte Medikamente, die vom Zoll beschlagnahmt wurden. Deren Wirkstoffe werden hier analysiert und darüber gut achten für Strafverfahren erstellt. Detlef Thieme und seine Kollegen bekommen so einen guten Überblick, was dopende Sportler momentan so alles nehmen. Die Packung sieht ja irgendwie aus wie so eine Tee-Packung oder so, oder? Modafinil ist eigentlich so ein Mittel gegen Narkolepsie, das heißt gegen so Schlafanfälle. Und das wirkt dann natürlich auch sekundär stimulierend und deshalb erfreut es sich auch nach gewissen Beliebtheit, obwohl es nicht so effizient ist wie Amphetamine oder Ephedrin beispielsweise. Und was ist das hier? Das ist jetzt ein sogenannter Klassiker, also ECA-Stack, das ist ein Stimulantien-Gemisch. Ephedrin und Koffein beispielsweise sind die beiden maßgeblichen Ingredienzien, die also zur Stimulation wirken. Nicht besonders potent, aber auf jeden Fall wirksam. Ephedrin gehört zur Doping-Kategorie Stimulantien. Es stammt von der Ephedra-Pflanze, einer der ältesten Heilpflanzen der Erde. Der Wirkstoff hat Ähnlichkeit mit dem körpereigenen Adrenalin und beschleunigt die Blutzirkulation. Außerdem erweitert er die Bronchien. Der Sportler kann dadurch mehr Sauerstoff aufnehmen, Ausdauer und Kraft steigen enorm. Das Mittel ist deshalb vor allem bei Triathleten beliebt. Eine Packung Ephedrin kostet in illegalen Online-Shops etwa 80 Euro und hält ein bis zwei Monate. Wie wirken solche Pillen grundsätzlich? Das ist ja grundsätzlich ein prinzipieller Mechanismus im Körper. Das sympathische Nervensystem ist dazu da, den Körper in Krisensituationen zu einem kurzfristigen Leistungsabruf zu stimulieren. Also ich verletze den Körper in so einer Art Panikzustand? So kann man das sagen. Also als müsste man vor einem wilden Tier flüchten, was also dann der Hintergrund ursprünglich war. Man muss also ganz schlagartig eine intensive Leistung abrufen können und andere Funktionen zurückfahren. Das heißt also Verdauerung wird dann also runtergefahren zugunsten der Leistungsbereitstellung. Kann man davon zu viel nehmen und merkt das nicht oder merkt man das direkt? Das merkt man sehr schnell und das ist also auch in einem Schlägen Bodybuilder-Foren immer wieder beschrieben. Man kann da also zwei, drei Kapseln pro Tag nehmen, aber nicht mehr. Ab diesem Zeitpunkt sind die Nebenwirkungen so gravierend. Also man bekommt Schweißausbrüche, man hat ein Drehmorfinger, Zittern und dergleichen. Und dass es dann also wirklich so unangenehm wird, dass man das nicht nehmen würde. Verstehe. Leistungssportler werden auf verbotene Substanzen streng kontrolliert. Ich will von Amateurfußballer Pedro wissen, ob sein Blut schon einmal in einem Dopinglabor gelandet ist. Hast du nicht Angst, dass du mal entdeckt wirst, dass irgendjemand dich kontrolliert, dass es eine Dopingprobe ist? Bei uns wird das nicht kontrolliert. Bei uns gibt es keine Dopingproben. Nie? Nie. Es gab es nie. Ich habe noch nie eine gesehen. Und sagen tue ich da sowieso keinen. Die nationale Anti-Doping-Agentur NADA kontrolliert nur die Fußballprofis in den Bundesligen bis runter in die Regionalliga. Doper in den unteren Spielklassen haben also nichts zu befürchten. Das ist zum Spritzen. Das ist zum Spritzen, ja. Da sieht man ja die Flüssigkeit. Das willst du dir vielleicht rein... Das will ich mir vielleicht reinspritzen, ja. Aber du hast Angst vor den Nebenwirkungen? Ich habe sehr Angst vor den Nebenwirkungen. Was hast du davon gehört? Ich habe von einem Freund gesehen, dass ihm da von Frauenbrüste gewachsen sind. Dass er dann... Ja, er hat wirklich starke Frauenbrüste bekommen. Und das möchte ich ja natürlich nicht kriegen. Und du willst es aber machen? Ich will es sehr wahrscheinlich noch tun, ja. Pedro weiß ganz genau, dass er seinem Körper mit Doping schadet. Aber warum geht er dieses Risiko trotzdem ein? Oh, der war jetzt natürlich nicht so platziert. Nein. Wie oft gehst du so zum Training? Ja, wenn ich Zeit habe. Ich habe ja kaum Freizeit. Aber geht immer vor. Statt Training nehme ich die Pelle. Und würdest du dich schämen, wenn es rauskommt? Ja. Ja? Ja. Ich glaube, ich würde mich nie wieder blicken lassen. Nicht? Ne. Natürlich toleriert man sowas nicht, ne? Ja, klar. Aber du machst es trotzdem? Ich mache es trotzdem. Und es bleibt auch so. Weil? Weil ich dadurch mehr Anerkennung auch kriege. Aber wie hoch ist der Preis für diese Anerkennung? Pedro hat uns seine Dopingmittel gegeben, damit wir sie im Labor des Toxikologen Detlef Thieme untersuchen lassen. Welche Wirkstoffe stecken tatsächlich in den Medikamenten des jungen Fußballers? Und welche Nebenwirkungen drohen ihm? Das Positive daran ist, dass tatsächlich authentische Produkte hier am Spiel sind. Das heißt, er nimmt das, was er glaubt zu nehmen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt unermesslich viele Fälschungen. Und hier hat er also zwei Präparate, die also richtiggehend verboten sind. Anabolische Steroide zum Muskelaufbau. Das eine ist ein Gemisch von Testosteron, Eston, so ein Depot-Präparat. Spritzt man einmal und dann wirkt das ein paar Wochen und Monate. Und das andere ist ein sehr altes, sagen wir mal so, Billigprodukt, Methyltestosteron. Eigentlich vollkommen verpönt heutzutage, vollkommen aus der Mode geraten. Also es gibt eigentlich niemanden, der dauerhaft Anabolische Steroide in dieser Kategorie einnimmt, ohne Leberschädigungen zu erleiden. Anabolische Steroide wurden zunächst bevorzugt von Kraftsportlern genommen. Inzwischen ist der Stoff in allen Hobbysportarten angekommen. Sie werden künstlich hergestellt und sind dem Sexualhormon Testosteron nachempfunden. Anabolische Steroide werden oral eingenommen oder direkt in den Muskel injiziert. Gelangt das künstliche Hormon in die Muskelzellen, vergrößern sie sich und vermehren sich schneller. Dadurch wird der Muskelaufbau enorm beschleunigt, ohne dass man lange dafür trainieren muss. Man wird stärker. Ein kurzfristiger Erfolg mit langfristigen Folgen. Die unmittelbaren Nebenwirkungen sind Schweißausbrüche, Steroid-Akne und Impotenz. Die längerfristigen Folgen sind schwere Organschädigungen. Es drohen Leber- und Nierenversagen. Das Herzinfarktrisiko steigt um das Vier- bis Fünffache. Hier wähnt man sich in einem sicheren Fahrwasser, weil man sich muskulös und körperlich gut beieinander wähnt. Und die Nebenwirkungen, die allmählich einsetzen, redet man sich schön. Auf lange Sicht sind das sicherlich die gravierendsten, problematischsten Substanzen, die ich mir vorstellen kann. Und ich habe in meinem Leben sehr viel mehr Anabolika-Tote gesehen als Tote infolge der Einnahme von Stimulantien oder von Amphetaminen. Man redet es sich schön und man unterschätzt diese Risiken, diese langfristigen Risiken ganz erheblich. Die Ergebnisse von Detlef Thieme und das Gespräch mit Pedro lassen mich ratlos zurück. Dopende Spitzensportler stehen immerhin ständig unter gesundheitlicher Kontrolle. Das fehlt dem Breitensport völlig. Die Gefahr für die Gesundheit ist extrem hoch und es drohen langfristige körperliche Schäden. Sie könnten durch die Nebenwirkungen sogar sterben. Und das alles nur für mehr Anerkennung. Der Marathon in Bonn. Hier starten jedes Jahr über 12.000 Läufer. In den letzten Jahren nahmen in Deutschland über zwei Millionen Teilnehmer an Volks- und Straßenläufen teil. Insbesondere ein Marathon mit 42 Kilometer Laufstrecke ist ohne professionelles Training kaum zu bewältigen. Vor allem nicht ohne Schmerzen. In einer wissenschaftlichen Studie der Universität Erlangen aus dem Jahr 2009 gaben 62 Prozent aller Teilnehmer des Bonn-Marathons zu, dass sie vor dem Start Schmerzmittel genommen haben, nur um das Rennen durchzuhalten. Schmerzmittel der Kategorie Opiate, zum Beispiel Monphin, sind verboten. Aber viele andere frei erhältliche Mittel wie Kopfschmerztabletten sind erlaubt. Sie unterdrücken das Schmerzempfinden, indem sie die jeweiligen Nervensignale im Gehirn dämpfen. Auch wenn das Ignorieren körperlicher Warnsignale nicht ohne Risiko ist, sind sie auf Wettkämpfen nicht verboten. Es gibt aber auch Mischpräparate, die Schmerzmittel mit Erkältungsmitteln kombinieren. Meistens handelt es sich dabei um Ephedrin. Aber das ist auf den meisten Volksläufen wie dem Bonn-Marathon, wo die Regeln der NADA gelten, verboten. Sportler, die das nicht wissen, dopen sich unabsichtlich mit Mitteln aus ihrer Hausapotheke. Ich mache den Test und befrage mit einer rollenden Hausapotheke junge Läufer, ob sie wissen, welche Mittel erlaubt sind und welche nicht. Entschuldigung, seid ihr bei dem Lauf mitgelaufen? Du bist mitgelaufen? Die sind 42 Kilometer. Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch erstmal. Was glaubt ihr, was ist von diesen Medikamenten hier erlaubt und was ist verboten? Laut NADA-Liste. Voltaren ist erlaubt, glaube ich. Ja. Ich meine, Aspirin ist nicht erlaubt. Ist ja ein Blutverdünner. Aspirin-Komplex darf man nicht nehmen, aber nicht wegen Aspirin, sondern weil da Pseudo-Ephidrin drin ist. Das ist so ein Stimulant. Ich habe Voltaren genommen. Ist das Geld dann als Schmerzmittel? Das ist auch ein Schmerzmittel, ja? Hast du die Tabletten genommen oder die Beine eingeschmiert? Nur den C, weil der wehtut. Aber nur, weil er taub ist seit ein paar Wochen. Viele Medikamente aus der Hausapotheke beinhalten laut NADA Substanzen, die bei sportlichen Wettkämpfen verboten sind oder für die Höchstwerte im Blut oder Urin gelten. Aber welcher Hobbyläufer kennt sich schon so genau mit komplexen Doping-Regelwerken aus? Was ist verboten für so einem Lauf? Man darf nichts nehmen außer Schmerzgel höchstens. Du sagst, man darf gar nichts nehmen? Also ich denke nicht. Also ich weiß aber nicht, was man nicht im Blut haben dürfte. Aspirin-Komplex? Was ist meins? Dein Lieblings-Doping, bitte. Ist das erlaubt vor dem Lauf oder nicht? Muss. Das wird, glaube ich, nicht. Glaubst du nicht? Wie erlaubt. Das ist auch nicht erlaubt. Also da ist Ephedrin drin, also Pseudoephedrin. Ich würde es selber nicht machen. Die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass du dann über die Grenzen vielleicht gehst. Was darf man davon nehmen? Vorm Lauf. Vorm Lauf und was nicht? Ich nehme nichts vorm Lauf. Ich nehme nichts vorm Lauf. Und was glaubt ihr, was man nehmen darf? Nichts davon. Nichts davon? Ja, damit man auf den Körper hört. Und die Schmerzsymptome sind ja auch ein Zeichen dafür, dass man aufhören sollte. Also das ist meine Meinung. Glaubt ihr, dass es ein Problem ist bei so Massensportveranstaltungen? Ja, absolut. Schlimm genug, wenn bewusst gedopt wird. Aber noch schlimmer ist es, wenn viele aus Unwissenheit ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Wer trägt da die Verantwortung? Gerade auf sportlichen Massenevents. Der Veranstalter muss keine Dopingkontrollen durchführen. Volksläufe sind Privatveranstaltungen und somit sind die Organisatoren nicht verpflichtet, die Teilnehmer zu kontrollieren. Sie appellieren nur an deren Verantwortung. Ich treffe Stefan Trinks von der Nader. Auf Breitensportveranstaltungen klärt er mit seinen Kollegen die Läufer über die Gefahren von Doping auf. Von ihm möchte ich wissen, ob Kontrollen auf Veranstaltungen wie dem Bonn-Marathon nicht doch sinnvoll wären. Das ist hier so deine alte Wirkungsstätte, die Toiletten. Die Toiletten. Ne, also so öffentliche Toiletten sind natürlich für Dopingkontrollen nicht geeignet. Es gibt dann Kontrollstationen, die nur zu diesem Zweck extra bereitgestellt werden vom Veranstalter. Stefan Trinks zeigt mir zwei Testverfahren, die aktuell angewendet werden. Erstens Bluttests. Dafür braucht man bis zu 100 Milliliter Blut, das innerhalb von 36 Stunden gekühlt ins Labor transportiert werden muss. Spezielle Temperaturmessgeräte zeichnen jede Unterbrechung der Kühlkette auf. Eine Probe kann da schon mal zwischen 300 und 1000 Euro kosten. Bei Dutzenden Läufern ist das ganz schön teuer. Das gleiche Problem gilt auch für die Entnahme und den Transport von Urinproben. Das ist die Vergangenheit, beziehungsweise die Gegenwart. Was ist die Zukunft? Hier haben wir zum Beispiel das Allerneueste, die Dry-Blood-Spot-Methode. Das ist also hier so dieses Set. Diese vier Spots müssen mit Blutstropfen gefüllt werden. Kann man am Daumen machen oder am Zeigefinger? Das kann man an jedem Finger machen, genau. Den Finger nehmen und einfach drauf halten. Das Ganze viermal. Dann verfärbt sich das und dann sehe ich direkt, was da drin ist, oder wie? Nein. So weit sind wir noch nicht. Nein, nein, das müsste dann entsprechend versiegelt ans Labor geschickt werden. Und auf was kann man damit testen? Stimulantien, anabolische Steroide können detektiert werden oder auch Beta-Blocker. Oder auch Cannabinoide zum Beispiel. Ja, das ist ja dann das perfekte Testkit für den Breitensport. Weil ich meine gerade Stimulantien, das ist ja gerade das, was jetzt hier bei so einem Lauf am ehesten genommen wird. Und anabolische Steroide, das sind ja beides zwei Stoffgruppen, die gerade von dem Breitensport dann gerne genommen werden. Eine Ausweitung auf dann auch Breitensport-Kontrollen wäre hiermit ohne größeren Aufwand möglich, als es bisher der Fall ist. Im Vergleich zum klassischen Doping-Kontrollsystem soll das neue Verfahren nur einen Bruchteil kosten. Noch ist der Test in der Prüfphase. Diese Pappe könnte eine Lösung sein. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Wie sollen Doping-Sünder aus dem Breitensport bestraft werden? Der Breitensportler ist ja grundsätzlich nicht dem Regelwerk angeschlossen. Insofern kann die NADA auch hier keine Sanktionen aussprechen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das ist aber dann vom Veranstalter abhängig, ob es hier individuelle Vereinbarungen mit der NADA gibt und mit den Athleten gibt. Da könnte dann natürlich der Veranstalter sagen, du darfst bei unseren Veranstaltungen nicht mehr starten. Ich versuche, die anderen Teilnehmer zu betrügen. Ich betrüge den Veranstalter und alles, was der dann sagt, ist, du darfst nicht mehr mitmachen. Könnte man so sagen. Wer unbedingt was nehmen möchte, der macht das. Grundsätzlich finde ich, dass der Wettbewerb zum Sport dazugehört. Aber trotzdem scheinen wohl viele so ehrgeizig zu sein, dass sie sogar bereit sind, für eine bessere Platzierung zu betrügen. Und niemand steht ihnen im Weg. Das ist so frustrierend. Ab aufs Rad, ich muss den Kopf freikriegen, mich auspowern. Ich kann schon verstehen, warum die NADA Breitensportler nur in Stichproben kontrolliert. Die Kontrollen bringen sowieso nichts. Da die Doper bei den Wettbewerben kein Geld verdienen, gelten sie strafrechtlich nicht als Betrüger. Wenn sie auffliegen, droht ihnen höchstens der Ausschluss aus dem Wettbewerb. Das finde ich echt heftig. Unfaire Sportler haben fast nichts zu befürchten. Anders die Profisportler, die verlieren durch eine Sperre ihre Existenzgrundlage. Was kann man gegen Doping im Freizeitsport tun? Mit dieser Frage wende ich mich an Werner Hübner. Der Psychologe therapiert ehemalige Freizeit-Doper. Wenn in Deutschland jemand ihre Beweggründe versteht, dann er. Wenn jemand dort bei einem Marathon, der verbessert sich dann ja irgendwie von Platz 490 auf Platz 260. Und dann ist der besser. Aber das interessiert doch eigentlich jemanden. Der kann dadurch nichts gewinnen. Es bringt ihm eigentlich gar nichts. Das Ziel ist ja nicht unbedingt die Zielbande beim Marathonlauf, sondern ich möchte über meine Leistung etwas ganz anderes sanieren. Das kommt in Therapien zum Ausdruck. Ich möchte zum Beispiel den Satz meines Vaters, das schaffst du nie, brauchst gar nicht erst antreten. Das möchte ich heilen. Der Doper hat einen Plan, einen Sanierungsplan. Aber eigentlich betrügen die sich und das wissen die gar nicht oder das denken die nicht. Als Kind habe ich vielleicht gelernt, also Schmerz ist doof, aber das können wir abkürzen, indem wir jetzt eine Ablenkung mit einer Süßigkeit oder irgendetwas. Und dann kriege ich mit, Schmerz muss ich nicht aushalten. Meine Lungenfunktion, dass ich den Marathon nicht schaffen könnte, ist nicht wirklich das Ende. Für alles gibt es ein Mittel. Es gibt nicht wirklich eine Grenze. Wo sitzt deine Therapie an? Ich kann mir vorstellen, die Leute, die zu Ihnen kommen, die wissen manchmal selber gar nicht, warum die da selber sitzen und merken, Scholl soll doch eigentlich nur Sport machen. Und jetzt sind sie in der Therapie. Das ist etwas, dass Sie zum Beispiel nachts nicht mehr schlafen können. Unruhezustände, erhöhtes Schwitzen. Sie erleben paranoide Zustände. Das heißt, wenn es hinten knackt, erschrecken Sie sich, wie niemand sonst sich erschrecken würde. Sie hören manchmal Stimmen und sagen, das ist etwas, was... Das ist ja gruselig. Das ist nicht nur gruselig, das habe ich nicht gewollt. Die Geister, die ich gerufen habe, bleiben. Doping ist nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche extrem gefährlich. Trotzdem greifen immer mehr Freizeitsportler zur Pille oder zur Spritze. Aber wie kommen die User an ihren Stoff? Laut Arzneimittelgesetz und dem neuen Anti-Doping-Gesetz ist die Einfuhr, der Handel und der Besitz größerer Mengen an Dopingmitteln verboten. Die Zeit des dubiosen Hinterhof-Deals ist vorbei. Heute bestellt man sich die Pillen ganz bequem in Online-Shops. Das ist zwar verboten, aber die Polizei kann wenig ausrichten. Die Websites sind im Ausland registriert, wo andere Gesetze gelten. Bei einem britischen Händler stoße ich schnell auf harte Dopingmittel, wie zum Beispiel Glenwood Terol. Ein Asthma-Mittel, das auch für schnelleren Muskelaufbau sorgt. Oder das Testosteron-Stanozolol, ein Präparat aus der Tiermedizin für den Muskelaufbau von Pferden. Für Menschen extrem leberschädigend. Ein Mittelsmann bestellt die Steroide für uns bei einem Online-Shop in Großbritannien. Sieben Tage später ist die Ware da. Ein paar Klicks und die Kreditkarte reichen also, um an hochgefährliche und vor allem illegale Substanzen zu kommen. Und es ist genau die im Internet beschriebene Substanz drin. Das bestätigt uns das Institut für Dopinganalytik in Kreischhang. Ich will wissen, wie solche Bestellungen so unkompliziert nach Deutschland eingeschleust werden können. Der Flughafen Frankfurt. Alle Bestellungen aus dem Ausland machen hier einen Zwischenstopp. Im internationalen Paketzentrum treffe ich den Zollbeamten Markus Redans. So, hier sind die heiligen Hallen. Wow! Jeden Tag kommen hier über 20.000 Pakete aus aller Welt an. Und zwar nur die, die an private Empfänger gehen. Auch Dopingbestellungen aus dem Ausland müssen hier durch. Zur Kontrolle von Importpaketen arbeiten an den Fließbändern auch Zollbeamte, um Schmuggelware und illegale Dopingmittel zu finden. China, Indien, Thailand. China kommt hier an. Gewisse Länder schauen wir intensiver nach. Das sind zum Beispiel? Zum Beispiel bei Dopingmitteln sind es in den asiatischen Ländern zum Beispiel. Thailand ist so ein Land, wo ziemlich viele Doping-Sachen herkommen. Wenn ich jetzt hier Dopingmittel aus England bestellen würde, würde das dann hier überhaupt kontrolliert werden? Nein, hier kommen nur Drittland-Sendungen an. Okay. Also EU-Länder kommen hier nicht an. Das heißt, da habe ich gar nicht so ein großes Risiko als User. Leider, muss man dazu sagen, oder? Leider, ja. Nach Angaben des Zolls haben die Online-Shops in den letzten Jahren zu einer Vervielfachung der Arzneimittelbestellungen aus dem Ausland geführt. Immer öfter finden die Zollbeamten Medikamente, die in Deutschland entweder illegal oder zumindest rezeptpflichtig sind. Und das sind so typische Päckchen, wo auch Dopingmittel drin sein könnten? Das sind genau. In solchen Kleinsendungen, da kommen das öfteren Dopingmittel vor. Oder generell Arzneimittel. Aber das sind ja Standardverpackungen. Wie kann man denn da erkennen, was da jetzt drin ist? Das ist ja unglaublich schwierig. Also immer durch Spülen oder durch Rasseln, durch Hören. Einmal so rütteln und hören, was da drin ist? Wir rütteln, wir schütteln, wir riechen. Oder wir gehen wirklich dann ans Rückengerät. Da kann man das ganz gut sehen. Nur bei einem begründeten Verdacht dürfen die Zollbeamten ein Päckchen öffnen und den Inhalt kontrollieren. Mal gucken, ob ich da was drauf erkenne. Das sieht ja irgendwie aus wie so eine Thermosflasche. Ja. Das könnte ich jetzt gar nichts zu sagen. Also blau ist Metall. Das hier könnten zwei Ampullen sein. Aha. Das könnte hier auch eine Tablettendose sein. Ja. Eventuell können wir sogar hier Spritzen erkennen. Ganz schwach, aber das müssen wir uns dann nochmal näher anschauen. Kann ich auch mal? Kann ich auch mal? Kann ich auch mal? Ist irgendwas schweres drin. Ja, klingt nicht nach Pillen. Klingt nicht nach Tabletten, ja. Aber hier schau, dass wir unser Päckchen vielleicht spülen. Wenn man hört. Ja. Ja. Ich würde sagen, machen wir mal auf. Ich bin gespannt. Schütt grad mal raus. Hier haben wir so was Spritzen. Uiuiui. Testosteron. Ach echt? Ja. In Ampullen vor. Wahnsinn. Ja. Auch hier schon die Spritzen dazu. Wird alles dabei. Alles schon dabei, genau. Das heißt, so Päckchen kommen hier täglich rein. Ja, täglich ist es vielleicht nicht, aber wir finden schon bis öfter in der Woche Dopingmittel oder als Neimittel. Okay. Was blüht dem Besteller? Muss der jetzt eine Gefängnis- oder eine hohe Geldstrafe fürchten oder ist das relativ gelimpelig? Also wenn ein Absender draufsteht, wird er natürlich auch gegen den auch ermittelt. Aber in der Regel steht da meistens kein Absender auf der Verpackung drauf. Gegen den Empfänger wird auf jeden Fall ermittelt. Aber mal jetzt mal ganz ehrlich, es kommen wahrscheinlich so viele Päckchen an, dass es fast unmöglich ist, die alle zu kontrollieren, oder? Also es ist wirklich unmöglich, alles zu kontrollieren. Aber wir schauen immer risikoorientiert viele Sendungen an, also wirklich sehr viele Sendungen an, aber alles geht einfach nicht. Verstehe. Ich habe dann meine Tausende von Kollegen, die wirklich täglich hier kontrollieren würden. Bei diesen geringen Mengen droht dem Besteller nur eine Geldstrafe von unter 100 Euro wegen illegaler Einfuhr von Arzneimitteln. Die Einfuhr und Produktion verbotener Dopingmittel und Medikamente beschäftigt den Zoll und ihren obersten Dienstherrn, Finanzminister Schäuble, zunehmend. Einer der Aufgabenschwerpunkte des Zolls ist mittlerweile der Kampf gegen illegale und gefälschte Arzneimittel, insbesondere Dopingmittel. Die Menge der sichergestellten Tabletten hat sich im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr vervierfacht auf vier Millionen Stück. Und so richten sich die Ermittlungen der Zollfahndung immer stärker gegen größere kriminelle Strukturen. Wer also Dopingmittel konsumiert, unterstützt womöglich auch kriminelle Strukturen. Dagegen kämpft unter anderem die Zollfahndung in Frankfurt. Wer hinter dem illegalen Handel mit Dopingmitteln steckt und wie genau das Geschäft funktioniert, das will ich von ihrem obersten Fahnder Hans-Jürgen Schmidt wissen. Ein Großteil der beschlagnahmten Mittel stammt aus illegalen Untergrundlaboren in Deutschland. Solche Untergrundlabore, die schießen wie Pilze aus dem Erdboden. Ist es so? Ja, wir haben in den letzten Jahren sechs, sieben dieser Labore hochgenommen und da ist einfach auch gar kein Ende am Horizont sichtbar. Ah, das ist ja wirklich fies. Da kann man einfach sehen, unter welchen unhygienischen und nicht sterilen Umständen sind ja letztendlich Medikamente, diese Dopingmittel hergestellt werden. So was hauen die sich dann in die Muskeln rein, oder? Richtig, der Konsument sieht es natürlich nur so, so wird es vertrieben. Wenn man sich vorstellt, dass es so hergestellt wurde, da sind Verunreinigungen mit dabei, die zusätzlich gesundheitsgefährdend sind. Was sind das denn für Leute, die sowas machen? Also ich meine, das sind ja keine Profis, das sind ja keine Chemiker, oder? Man ist selbst in der Szene tätig als Kraftsportler, in der Regel Bodybuilder, also dort ist der Großteil unseres Klientels angesiedelt. Und man kauft sich die Produkte zunächst illegalerweise im Internet und das sind natürlich immense Kosten, die auf jemanden zukommen, bis er sich irgendwann mal sagt, könntest du eigentlich mal versuchen, das selbst herzustellen. Wie viel kann man da verdienen? Nach unseren Einschätzungen liegen hier die Gewinnspannen bei den 40- bis 60-fachen. Das heißt, hier werden durchaus im Monat 5.000 bis 10.000 Euro an Gewinnen erzielt. In einem kleinen Einbahnlabor? In einem kleinen Einbahnlabor, ja. Das ist auch ein Labor, oder was ist das? Das haben wir bei einer einzelnen Person sichergestellt. Das ist alles von einer Person? Im Rahmen einer Durchsuchung haben wir das vor kurzem bei einem Wettkampfsportler im Kraftsportbereich sichergestellt. Da können Sie sich vorstellen, was der seinem Körper antut. Das alles hier einzunehmen. Das sind ja Spritzen, Ampullen, Tabletten, hier diese Wachstumshormone. Mit normalem Menschenverstand kann man das gar nicht erklären. Nee, mit normalem Menschenverstand kann man das nicht erklären. Ermittlungen gegen 4.100 Personen allein im Jahr 2015 und aktuelle Funde bei Razzien offenbaren eine neue Dimension des Dopinghandels. Es gibt anscheinend einen Riesenbedarf an leistungssteigernden Mitteln. Das sieht aber nicht nach Untergrundlabor aus. Das sieht schon viel professioneller aus hier. Richtig. Das wurde auch in keinem Untergrundlabor hergestellt, sondern professionell in einem pharmazeutischen Betrieb. Kommt aus dem Ausland. Das sind jetzt Waren, die aus Osteuropa nach Deutschland verschickt wurden. Hier sind wir im Bereich der organisierten Kriminalität. Global vernetzt. Und das macht es natürlich auch für uns schwer als Ermittler. Aber Sie haben jetzt noch nicht beobachtet, dass jetzt Banden ihr Metier wechseln und dann Testosteron machen, weil es besser ist als Drogen oder so. Das erlebt man natürlich nicht bei dem Dealer um die Ecke. Aber wenn es wirklich um die organisierte Kriminalität geht, die Hintermänner, die mit Rauschgift handeln, die handeln durchaus auch hier mit Dopingmitteln. Mein Eindruck ist, auch Doping im Breitensport scheint mittlerweile System zu haben. Die meisten Sportler sind zwar sauber, doch die Anzahl der Doper wächst. Wie tief man sich darin verstricken kann, das will ich auf meiner letzten Station herausfinden. Dazu habe ich mich zu einer Radtour verabredet. Philipp Schulz ist Hobby-Radsportler und ein ehemaliger Doper. Jahrelang konsumierte er Aufputschmittel und Steroide, um ganz vorne bei Amateurradrennen mitfahren zu können. Ja, Radfahren macht enorm viel Spaß. Also ist doch schön. Man kann die Natur erleben. Kostet nichts und man hält sich fit. Also das auf jeden Fall. Training macht immer Spaß. Wenn man mit sowas anfängt, dann denkt man wahrscheinlich lange nicht an Doping, oder? Nein. Nein, man denkt, man kann durch Training halt besser werden und vielleicht hier noch ein bisschen besseres Material und vielleicht nochmal das eine oder andere Kilo runter. Ja, man möchte halt auch mal gewinnen oder irgendwo was vorne erreichen. Und wenn man dann merkt, dass manche halt schummeln, dann fragt man sich halt schon, wo wäre ich, wenn ich's auch mache, ja? Wenn man dann die Sachen da rumliegend sieht und so, dann kann man sich halt so an seinen Teil denken. Und auch was nehmen. Ja, dann denke mal, ja. Also keiner redet drüber, aber alle wissen's, oder wie läuft das? Oder spritzt sich auch mal jemand direkt eine Spritze vorm Rennen? Ist das so offen? Also, wie ich angefangen hab, war's schon ein bisschen länger her. Da war das schon relativ offen. Es gab ja gar keine Kontrollen. Und die Großen haben's auch gemacht. Und die kleinen Regionalfahrer oder so, die haben's halt auch gemacht und die hatten da keine Scheu oder so. Philipp Schulz wollte damals ganz vorne mitmischen. Regelmäßig nahm er mit einem Amateur-Team an diversen Meisterschaften teil. Seine Hoffnung? Übers Doping zum Profifahrer werden. Das kam mit einem Trikot oder mit einem Radreifen, lag's dabei, sozusagen, ne? Echt? Ja. Ich hab's da nicht gekauft. Es wurde mir angeboten, sag ich jetzt mal. Da war alles verfügbar über Epo, Wachstumshormone. Die haben sich in der Trainingsphase, im Trainingslager schon Epo gespritzt. Ne, also, es war irgendwie so eine Art Gruppenzwang. Und ich hab mich da benötigt gefühlt, da mitzugehen. Es kommt einfach eins zum anderen. Philipp Schulz litt nie unter irgendwelchen Nebenwirkungen. Das gibt er zumindest an. Vielleicht rettete ihn auch eine Kontrolle. Ein positiver Steroid-Befund beendete seine Doping- und Radrennkarriere. Um einer langen Sperre zu entgehen, sagte er als Kronzeuge gegen Dealer und Mit-Doper in seinem Team aus. Ich seh mich als Mitläufer, ja. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört. Ich weiß, man möchte sich ja immer so ein bisschen auch selbst ein bisschen besser dastehen lassen oder so. Aber ich finde, ich bin noch relativ spät zum Doping gekommen. Also, ich bin eine relativ lange Zeit sauber gefahren. Ich hab auch ganz oft schon Nein gesagt, ja. Was mir so ein bisschen aufstößt ist, verstehe ich das nicht falsch, dass du dich als Opfer siehst. Aber es ist ja doch schon auch die Entscheidung jedes Einzelnen. Klar, also, es wird ja niemand gezwungen. Aber wenn man halt Nein sagt, gehört man nicht dazu. Wenn man Ja sagt, läuft man in Gefahr, aufzufallen. Ja, aber es ist eine kleine Zwickmühle, in die man ist, ja. Es ist eine Gefahr für Jugendliche im Prinzip, wenn die halt in so Radsportvereinen auch sehen, dass gute Fahrer dopen und dass die dann selber damit anfangen. Na, natürlich. Es ist und bleibt präsent. Selbst bei Amateurrennen hier, wenn es um den Ring Fleischwurt geht oder um den Benzinkanister oder sowas. Oder um das Weinfest neben dem Radrennen. Es gibt einfach Leute, die wollen sich überall profilieren. Und wenn es nur bei Amateurrennen ist, obwohl es eigentlich total, oder im Sportbereich, obwohl es eigentlich total nebensächlich ist, ja. Besser als der Nachbar, besser als der Chef. Neid und kranker Leistungswille sind Symptome unserer modernen Gesellschaft. Was und wie wir leben, geben wir an unsere Kinder weiter. Sie wachsen auf mit Leistungsdruck, falschem Ehrgeiz und dem Wissen, sie können nachhelfen. Die Vorbildfunktionen von Leistungssportlern sind enorm. Und wenn man da also zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, ich resigniere, sollen die doch machen, was sie wollen, dann hat das also eine Auswirkung auf den Breitensport, gerade auf den Jugendsport, den man nie wieder einfängt. Die fangen dann auch an? Davon ist auszugehen. Die machen das, was ihre Idole tun. Und wenn das Doping dann also verniedlicht wird und zur Selbstverständlichkeit degeneriert, dann halten das also auch die Kids für eine Selbstverständlichkeit und werden das auch betreiben. Wir erleben unseren Kindern unsere Einstellung zum Sport vor. Ob sie nur ergebnisorientiert oder auch mit Spaß dabei sind, entscheiden wir. Der Linzer Junior Marathon 2016 führte zu einem Aufschrei in den sozialen Medien. Im ersten Moment müssen wir Kindern auch mit Werten des Sports mal sensibilisieren. Was sind Werten des Sports? Warum macht man überhaupt Sport? Was der Sport leisten kann an positiven Dingen, wie ein Kind wächst im Sport, sowohl im Charakter als auch in der Wertebildung. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch an die Eltern weitergibt und mit den Eltern zusammen bespricht. Das wird uns möglicherweise suggeriert, dass nur die Personen, die tatsächlich oben auf den Treppchen stehen, wertvolle Personen sind. Das müsste der Gedanke wieder in der Gesellschaft sein, niemand ist jenseits seiner Möglichkeiten verpflichtbar. Dass wir selbst auch wieder von diesen externen Leistungsgedanken nochmal zurück zu uns selbst kommen und sagen, mehr ist nicht drin, sorry. Eigentlich ist es ja so, dass man sich in seiner Freizeit erholen soll. Und auch Sportler machen das ja eigentlich aus Spaß. Es müsste die Freude wieder zurückkehren. Die Freude an der Bewegung selbst, die Freude in Gemeinschaft etwas herzustellen, als Mannschaft irgendwie sich zu erleben. Sei es, dass vielleicht im günstigsten Fall Glückshormone wir gespürt haben. Aber überhaupt das Betätigen selbst, dieses ist schon belohnend genug. Ja, wir haben zwar verloren, aber es war so geil, heute hier zu spielen. Ja, das müsste gefördert werden.